Quarkus hat keine Fischfarmen, das sei ca. 40 cm, vereinzelt auch 45 cm, also 40-45 cm, männlich-weiblich sind Männer und Weiber dabei, wir fangen an, füttern die auf Wachstum und im Oktober wissen wir dann mehr vom Geschlecht, momentan ist es schwierig, also weil sie noch kein Body haben, da kann man schlecht bestimmen, Flossen und so weiter haben wir versucht, und Kiemen haben wir versucht, die Männer und Weiber zu tauschen, also einzuteilen, und so 100%ig können wir es nicht sagen, wer hier Interesse hat, die Fische sind qualitativ sehr gut, Sakai Fischfahren ist ja bekannt, der kann sich gerne melden, das Benni ist extrem gut bei den Fischen, ist auch noch nicht fertig, also zum Teil sehr gute Hautqualität, Zeichnung ist Geschmackssache, da steht ja jeder auf, was sein ist, wer hier Interesse hat, kann sich melden, dann können wir auskonstruieren zu den einzelnen Fischen. Vielen Dank.